Moin moin lieber Senior, liebe Seniorita und lieber Fabrikbesitzer. Ich bin der Seno und begrüße dich in diesem Video über die drei mächtigen Tools, die uns die Entwickler mitgegeben haben, damit unser Spielerlebnis möglichst schön ist. Das sind einmal die Blaupausen, der Abrissplaner und der Upgradeplaner. Hier unten einmal in blau, rot und grün. Damit wir alle auf derselben Seite sind und denselben Wissensstand haben, vielleicht einmal kurz aufgefrischt und in Erinnerung gerufen. Mit den Blaupausen können wir verschiedene Fabrikabschnitte kopieren und abspeichern und später einfügen und unsere kleinen Roboter werden die dann aufbauen. Mit dem Abrissplaner könnt ihr verschiedene Elemente eurer Fabrik für den Abriss freigeben und dann kriegen die so ein kleines rotes X und eure Roboter machen sich auf den Weg und werden die wegsammeln. Und mit der grünen, mit dem Upgradeplaner könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte gerne in diesem Bereich aus gelben Förderbändern rote Förderbänder machen. Alle drei Tools, wenn man sie richtig anwendet, sparen euch unglaublich viel Zeit. Wie ihr sie richtig benutzt, worauf ihr achten müsst, das erfahrt ihr alles nach dem Intro. Bis gleich. Wenn dir guter Faktorio Content gefällt, dann lass gerne ein Abo da. Das motiviert mich auch in Zukunft, schöne Videos für euch zu machen. Und wenn du dir diese Karte hier mal ein bisschen näher angucken möchtest, kannst du das gerne im Livestream tun. Da bin ich immer abends ab 18 Uhr und spiele aktuell an dieser Karte. Würde mich freuen, wenn du mal den Weg zu mir findest. Um es dir ein bisschen zu erleichtern, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit den Blaupausen und natürlich mit der Frage, wie erstelle ich überhaupt eine Blaupause. Dazu klickt ihr auf diese blaue Schaltfläche hier unten oder benutzt den Hotkey Alt plus B und dann habt ihr eine leere Blaupause in der Hand. Dann lauft ihr über den Fabrikabschnitt rüber, markiert das, was ihr kopieren wollt und lasst die Maustaste los und es öffnet sich dieses Menü. Also nicht verwöhren lassen. Man kann hier eine ganze Menge einstellen. Wir gehen das mal Schritt für Schritt durch, meine lieben Seniors. Erstmal die Sachen, die bei der Übersichtlichkeit helfen. Ihr könnt hier oben der Blaupause einen Namen geben, zum Beispiel grüne Chips Produktion. Und dann könnt ihr mit Hilfe vom Rich Text hier auch noch Symbole einfügen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schreibt es unten in die Kommentare. Vielleicht mache ich da nochmal ein gesondertes Video drüber. Ganz wichtig, Enter drücken, damit er das abspeichert. Dann könnt ihr hier bestimmen, wie diese Blaupause als Item aussehen soll. Da würde es sich natürlich anbieten, das Symbol zu nehmen, das hier zu einem Item passt, das wir auch herstellen. Also grüne Chips. Dann könnt ihr eine kleine Beschreibung schreiben, zum Beispiel, Seno ist ein Nackenboiler, komm auf Twitch oder sowas. Und da müsst ihr nicht abspeichern, das übernimmt er automatisch. Was es mit dem Grid auf sich hat, das gucken wir uns gleich an. Dann, wichtig erstmal noch diese drei Buttons hier unten. Da könnt ihr nämlich einmal einstellen, sollen Module mit dabei sein in dieser Blaupause, ja oder nein. Die Entitäten, sollen die mitkopiert werden oder nicht? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sollte man das ausstellen, das ist doch der Sinn einer Blaupause. Ja, man kann aber auch gesondert einstellen, dass man nur den Untergrund haben möchte. Seht ihr das? Hier unten. Ich könnte zum Beispiel Entitäten ausmachen, dann hätten wir hier nur diese paar Felder Ziegelsteine mit dabei. Das ist alles für die Übersichtlichkeit. Ihr könnt diese Blaupause jetzt aber auch noch modifizieren und das funktioniert so. Wenn irgendwas mit in die Blaupause reingerutscht ist, was ihr nicht haben wollt, zum Beispiel, dieser letzte Strohmast hier aus irgendwelchen Gründen, könnt ihr da einfach rechts draufklicken und dann verschwindet der. Der wird jetzt so durchgegraut und dadurch wisst ihr, der ist nicht mehr in dieser Blaupause gleich enthalten. Dasselbe könnt ihr zum Beispiel mit den Montagemaschinen hier machen. Sehr, sehr praktisch also. Wenn ihr mal einen ganzen Itemtyp loswerden wollt, könntet ihr zum Beispiel sagen, ich möchte alle Montagemaschinen und alle blauen Greifarme weghaben. Und schon würde er das weglöschen. Habt ihr irgendwas gelöscht, was wieder hin soll, klickt ihr einfach mit links drauf und dann wird das wieder hergestellt. Des Weiteren könnt ihr hier oben auf den Upgrade Items and Entities in the Blueprint, also auf dieses grüne Knöpfchen hier oben drücken. Dann öffnet sich ein Untermenü und dann könnt ihr mit der linken und rechten Maustaste auf diesen Upgrade Planner hier drücken. Zum Beispiel einmal links drauf, dann wird alles aufgerüstet. Ihr habt gesehen, aus den blauen Greifarmen sind die grüne geworden, aus den blauen Montagemaschinen sind die gelben geworden oder die gelbgrünen oder wie man das nennen möchte. Und aus den roten Förderbändern sind die blauen geworden. Ihr könnt da auch mit rechts draufklicken, dann geht es alles wieder eine Stufe nach unten. Können wir sogar auf Level 1 Montagemaschinen und Level 1 oder halt die gelben Förderbänder runter machen. Ihr könnt hier auch eigene Upgrade Planner rüber hauen, wie ihr die selber einstellt und so weiter, da sprechen wir dann nochmal später drüber. Aber so könnt ihr quasi die Blaupause so pimpen, wie ihr sie braucht. Der letzte Schritt und das ist ganz wichtig, ihr müsst hier unten auf Create Blueprint drücken. Und dann habt ihr dieses Ding am Mauszeiger und das müsst ihr jetzt, liebe Freunde, einmal in euer Inventar legen. Und schon könnt ihr sehen, dass ihr hier jetzt die Blaupause habt mit diesem grünen Chip-Symbol. Ihr könnt hier rüber laufen und könnt die dann zum Beispiel hier hinklatschen und eure Roboter machen sich sofort auf den Weg und bauen euch das Ganze auf. Ein absoluter Power-User-Trick ist übrigens, dass ihr das auch über die Minimap machen könnt. Ich kann also einfach in ein weit entferntes Gebiet unserer Fabrik zoomen, eine Blaupause abspeichern, in den Gürtel legen und schon habe ich sie und kann sie überall benutzen. Ich kann sie sogar auf der Minimap platzieren und muss da nicht erst hinlaufen. Super praktisch. Wenn wir jetzt eine Blaupause editieren wollen, können wir mit rechts raufklicken und zum Beispiel im Nachhinein die Grid Size und den absoluten Referenzpunkt anmachen. Was dann passiert ist, dass automatisch diese Blaupause an einem Raster ausgerichtet wird. Das kann vor allem praktisch sein, wenn ihr zum Beispiel mit Gleisen arbeitet oder wenn ihr mehrere Blaupausen direkt Stoß an Stoß nebeneinander setzen wollt. Es gibt auch noch Möglichkeiten, das Ganze etwas schneller zu machen. Ihr könnt nämlich anstatt, dass ihr eine leere Blaupause benutzt, einfach STRG und C drücken. Dann verändert sich euer Mauszeiger und ihr könnt etwas markieren und habt das sofort als nicht editierbare Blaupause in der Hand. Könnt das jetzt aber direkt hier untersetzen und es wird angefangen zu bauen. Ja, super praktisch. Ihr könnt STRG und Z drücken, dann wird das Ganze rückgängig gemacht. Ihr könnt STRG und X drücken, wenn ihr etwas ausschneiden wollt, anstatt es zu kopieren. Dann wird es halt hier oben weggerissen und da unten hingetragen. Ihr könnt STRG und V drücken und habt die letzte Blaupause, die ihr in der Hand hattet, dann wieder in der Hand. Und wenn ihr Shift drückt und Mausrad hoch und runter bewegt, könnt ihr sogar durch die letzten Blaupausen durchskippen. Und könnt euch so die letzte Zwischenablage quasi angucken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch abspeichern. Normalerweise funktioniert das halt bei diesem Copy-Pasten so. Ihr knallt das irgendwo hin und drückt Q und dann ist die Blaupause erstmal wieder weg. Ihr könnt aber, wenn ihr das Ding in der Hand habt, ähnlich wie wir das vorhin gemacht haben, das auch im Inventar ablegen. Und dann habt ihr das wirklich als Blaupause. Könnt mit rechts raufklicken und könnt dann wieder genauso editieren, wie ihr es gewohnt seid. Wenn euer Inventar durch Blaupausen langsam zugemüllt wird, ist der Moment gekommen, wo ihr euch ein bisschen um die Verwaltung der Blaupausen kümmern solltet. Und da gibt es zum Glück ein paar nette Möglichkeiten. Ihr könnt nämlich B drücken und dann öffnet sich das sogenannte Blaupausen-Menü. Da habt ihr links euer Inventar und rechts Ablageflächen für die Blaupausen. Die könnt ihr da jetzt einfach reinlegen und dann sind die nicht mehr in eurem Inventar. Aber wenn ihr über euren Gürtel unten am Kartenrand hier unten Blaupausen abgelegt habt quasi, dann könnt ihr die auch aus dieser Ablage heraus benutzen. Also es muss nicht in eurem Inventar sein. Wir können jetzt einfach diese Blaupause benutzen oder ich demonstriere das anders. Wir machen hier vorne eine Blaupause, legen die ins Inventar, tun die hier in die Ecke. Ich kann die über die Ecke benutzen. Ich kann diese Blaupause jetzt aber auch in meinen Blaupausen-Hefter legen. Und kann diese Verlinkung immer noch benutzen. Das ist super praktisch, um euer Inventar aufgeräumt zu halten. Jetzt ist dem einen oder anderen von euch vielleicht aufgefallen, dass hier Game-Blueprints sind und My-Blueprints. Der Unterschied ist darin begründet, dass die Game-Blueprints nur für diesen Spielstand, für diese Welt hier gelten. Während My-Blueprints zwischen allen euren Spielständen synchronisiert werden. Also auch wenn ich jetzt auf einen Online-Server gehe, hätte ich meine Blueprints dabei. Die von diesem Spiel allerdings nicht. Da hört es aber noch nicht auf, denn ihr könnt, ich glaube meine Kamera ist da im Weg gewesen, hier noch umschalten zwischen einmal dem Grid View und der Listenansicht. Und wenn ihr die Listenansicht habt, dann ist das alles nochmal ein bisschen übersichtlicher. Vor allem stehen hier eure Beschreibungstexte, die ihr davor natürlich fein säuberlich aufgeschrieben habt. Und das hilft euch dabei einfach nochmal ein bisschen besser den Überblick zu behalten. Es gibt aber noch einen guten Trick, den ihr benutzen könnt, um das Ganze schön übersichtlich zu halten. Ihr könnt nämlich die sogenannte Blaupausenbücher hier unten aus der Leiste ziehen. Das Buch ist jetzt noch leer. Ihr könnt aber in ein Blaupausenbuch einfach beliebig viele Blaupausen reinstopfen. Wir können jetzt zum Beispiel diese Blaupause aus unserem Game-Blueprints nehmen und mit rechts in unser Blaupausenbuch tun. Und wenn wir das jetzt öffnen, ist da eben eine Blaupause drin. Wir können da jetzt aber auch ohne Probleme die nächste reintun oder die nächste reintun und die nächste reintun. Alles, was wir jetzt so im Laufe des Spiels uns abgespeichert haben. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt dieses Blaupausenbuch einfach in die Hand nehmen, können wir wieder, wenn wir Shift gedrückt lassen und das Mausrad bewegen, durch alle Blaupausen in diesem Buch durchrotieren. Man macht das vor allem und sehr gerne mit den sogenannten Balancer-Büchern, wo alle möglichen Balancer drin sind, damit euer Input und Output von euren Förderbändern immer schön ausgeglichen ist. Ihr könnt das sehen, dieses Buch hier hat zum Beispiel von 2 bis 3 bis 8 mal 8 alle Balancer mit dabei. Und wir können hier ganz entspannt durchgehen und haben immer für unsere Anforderungen gerade das passende parat. Wer mehr über Balancer und das Balancer-Buch wissen will, der guckt mal da oben in die Videobeschreibung, beziehungsweise da oben in den Link. Da habe ich ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Sehr, sehr, sehr praktisch. Gerade für Neulinge bitte unterschätzt niemals, wie wichtig es ist, Balancer zu benutzen. Man kriegt das erst im späteren Spiel mit, wie wichtig das ist, aber es ist sehr, 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 sehr wichtig. Jedenfalls könnt ihr mithilfe dieser Blaupausenbücher euch zu jedem Thema, quasi in eurer Basis, Verteidigung und Ölverarbeitung und Chipsherstellung oder Forschungspakete, ein Blaupausenbuch machen, indem ihr da eure Lieblingsblaupausen abspeichert. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, denn es ist theoretisch möglich, in ein Blaupausenbuch ein Blaupausenbuch zu tun. Und in dieses Blaupausenbuch der Blaupause kannst du nochmal ein Blaupausenbuch tun. Und ihr seht hier oben, die Hierarchie wächst immer und du hast dann verschiedene Ebenen, mit denen du arbeiten kannst. Dauert ein bisschen, bis man damit warm geworden ist, aber wenn man das erstmal verinnerlicht hat, ist das ein super, super mächtiges Tool. Das Wunderbarste dabei ist allerdings, dass Spieler untereinander Blaupausen tauschen können. Ihr könnt einfach eine Blaupause erstellen, sagen wir von diesem Fabrikabschnitt. Wir packen das Ding ins Inventar, wir klicken damit rechts drauf, wir klicken auf Export und kopieren uns dann diesen Text. Ihr könnt entweder alles markieren und kopieren oder einfach hier auf Copy klicken, das ist ganz egal. Und dann braucht ihr nur noch eine Internetseite, wo man Texte miteinander teilen kann. Ich benutze dafür immer JustPaste.it, kann ich sehr empfehlen. Ihr kopiert das in das Textfeld hier, klickt einmal auf Publish und könnt jetzt diesen kurzen Link hier irgendjemandem zur Verfügung stellen und schon hat diese Person die Möglichkeit, sich hier einmal alles zu markieren, einmal rauszukopieren. Diese Person geht dann in Factorio drinne rein und benutzt dann hier unten das Feld Import String. Dann öffnet sich ein leeres Texteingabefeld, man kopiert das Ganze da rein, klickt auf Import und schon hat die andere Person einfach ganz schön eine Blaupause von dem, was ihr zur Verfügung gestellt habt. Es gibt verschiedene Internetseiten im Internet. Das ist eine sehr clevere Aussage übrigens. Es gibt verschiedene Seiten im Internet, ja. Auf der ihr euch Blaupausen von anderen Spielern ziehen könnt. Factorio Blueprints, Factorio Prints auf Reddit und auf Facebook oder auf Discord gibt es ganz viele Orte, wo Leute seine oder ihre Blaupausen zur Verfügung stellen, damit andere Leute sich daran ergötzen können. Ich persönlich werde meine Blaupausen immer auf Patreon, meinen Unterstützern zur Verfügung stellen. Wenn du also auch mal entweder in meinen Abspann möchtest, ja, wo ich die Leute aufzähle, oder an meine Blaupausen oder meine Speicherstände rankommen möchtest, dann überleg dir, ob du vielleicht Patreon abschließen möchtest. Den Link und mehr Informationen findest du da oben. Eine Sache muss man definitiv noch erwähnen, und zwar lassen sich Blaupausen natürlich rotieren, aber im Vanilla Factorio nicht spiegeln. Wenn ihr Blaupausen spiegeln wollt und glaubt mir hin und wieder, wollt ihr das einfach tun, müsst ihr zusätzliche Mods installieren. Dann unter anderem könnte man benutzen die Blueprint Extension Mod. Die habe ich da oben mal in einem Video vorgestellt. Kannst dir mal angucken. Gibt aber auch andere Mods, muss man der Fairness halber sagen. Und ich hatte vorhin schon darüber gesprochen, dass es Orte gibt, wo Blaupausen geteilt werden. Hier, faktorioprints.com ist eine. Da könnt ihr, wie ihr sehen könnt, alles, was das Herz begehrt, euch angucken. Hier von großen Zugstrecken über Forschungsgedöns und so weiter und so fort. Ich kann euch nur den Tipp geben, baut lieber selbst, anstatt euch alles fertig runterzuladen, weil selber bauen macht auf jeden Fall mir sehr viel mehr Spaß. Passt auf, dass ihr euch den Spielspaß nicht zerhaut. Und wenn ihr interessante Blaupausen habt, die vielleicht noch nicht auf faktorioprints sind oder so, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, benutzt die Seite, just paste it und postet den Link anstatt irgendwie riesige Zahlen und Buchstaben und so. Ihr versteht schon. Wir gucken uns jetzt noch ganz schnell den Abrissplaner und den Upgradeplaner an. Die sind nämlich von Umfang her deutlich kleiner als der Blaupausenplaner. Den roten Abrissplan findest du unten neben deinen Blaupausen, kannst du sonst auch Alt und D benutzen. Den packst du auch in deinen Gürtel oder dein Inventar oder wo auch immer hin und dann kannst du den im Grunde sofort benutzen. Du kannst auch einen Rahmen ziehen und wo immer du den Rahmen drüber ziehst, das wird abgerissen. Deine Roboter machen sich sofort auf den Weg und packen dir alle markierten Objekte direkt ins Inventar oder in irgendwelche Logistikkisten. Man kann allerdings diesen Abrissplan auch noch einstellen. Klickt ihr genau wie bei der Blaupause rechts rauf. Ihr könnt dem Ding einen Namen geben, ihr könnt eine Beschreibung schreiben, ihr könnt hier die Symbole auswählen. Alles wie bei den Blaupausen. Ihr könnt auch den String exportieren. Das mache ich am Wochenende in der Disco auch wieder. Ihr könnt eigentlich fast alles machen, wie bei den Blaupausen auch. Nur, dass ihr hier noch zusätzlich Gebäude definieren könnt, die entweder abgerissen oder stehen gelassen werden. Wenn das hier oben auf Whitelist steht, dann sagt ihr, räume bitte nur folgende Gebäude ab. Wir nehmen hier zum Beispiel mal Rohre und Untergrundrohre. Klicken dann unseren Abrissplan an, ziehen das hier rüber und ihr könnt auch jetzt schon sehen, er markiert halt wirklich nur das, was wir eingestellt haben und der Rest darf stehen bleiben. Es geht auch noch andersrum. Wir können das Ganze auf Blacklist stehen, stellen. Blacklist bedeutet quasi, reiß nur, reiß alles ab, außer das, was wir einstellen. Wenn wir zum Beispiel sagen, rote Förderbänder sollen übrig bleiben, aber alles andere kommt weg, ziehen wir das hier rüber und da reißt alles weg, außer die roten Förderbänder. Super, super praktisch. Solange ihr das auf Whitelist stehen habt, gibt es noch eine andere sehr praktische Funktion, die nennt sich Trees und Rocks only. Dann sieht euer Abrissplan so aus, wie ihr es hier unten sehen könnt, mit so einem Baum drauf und ich versuche mal irgendwie noch ein bisschen Natur auf meiner Karte zu finden. Hier, da haben wir zum Beispiel einen Stein. Ziehen wir rüber und ihr könnt sehen, dass nur Steine und eben hätten wir Bäume, auch die Bäume markiert werden für den Abriss. Das ist also super gut, um einfach mal diese nervige Natur aus eurer Fabrik heraus zu verbannen. Manchmal passieren halt Fehler und da hat der Abrissplaner tatsächlich noch, wenn ihr auf ein leeres Feld klickt, hier beim Fragezeichen vier sehr wichtige Einstellungsmöglichkeiten. Das Grüne hier kommt durch eine Mod, ignoriert das. Ihr werdet diese vier Sachen hier haben und die zeige ich euch gerne einmal. Nummer eins ist, wir können dem Abrissplan sagen, wenn wir zum Beispiel aus Versehen irgendwo hier so machen, seht ihr das? Wir haben jetzt hier Blaupausen durch unsere Basis gezogen und das wieder aufzuräumen, wäre normalerweise total schrecklich, wenn wir dem Abrissplan nicht sagen könnten, du nimmst nur Entity Ghost, also nur die Geister von Gebäuden sollen gelöscht werden. Zack, und die verschwinden auf einmal alle. Super, super praktisch. Das zweite ist, wir gucken uns erst tatsächlich das dritte an, das dritte wäre, wenn wir eine Blaupause haben, mit zum Beispiel Montagemaschinen, wo eigentlich Module rein sollen, dann wird das hier durch diese blauen Pyramiden oder Dreiecke angezeigt, dass da eigentlich Module rein sollen. Benutzen wir jetzt den Abrissplan, können wir diesen Bedarf an Modulen aus den Montagemaschinen rauslöschen, was sehr, sehr praktisch sein kann. Dann haben wir noch die Tile Ghosts, die wir löschen können. Das ist dasselbe wie für die Gebäude, nur halt mit Untergründen. Wir sagen, hier soll überall bitte Ziegelboden hin, und das wollen wir aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, dann können wir das einmal so markieren und dann wird halt nur der noch nicht verlegte Boden gelöscht. Der normale Boden, der schon liegt, der bleibt liegen. Es geht nur um diese Geisteinheiten quasi. Und das letzte, wirklich sehr praktisch ist, wenn man, das ist euch bestimmt auch schon mal passiert, eine Inventarexplosion hat und ganz viel Zeug auf dem Boden landet, dann könnt ihr dem Abrissplan sagen, indem ihr hier reinklickt und sagt, Item on Ground, und dann zieht ihr das über ein Gebiet, markiert ihr nur die Gegenstände, die eben auf dem Boden liegen, und sie werden euch wieder ins Inventar gebracht. Super praktische Sachen, wenn euch mal das ein oder andere kleine Malheur passiert. Dann kommen wir zum letzten Punkt, dem Upgrade Planner. Früher konnte man das, was wir jetzt tun, nur über eine externe Mod machen, aber das hat den Entwicklern so gut gefallen, dass sie das ins Spiel gebracht haben. Ihr habt hier unten diese grüne Blaupause, also die grünen Pause, wenn ihr so wollt, der Upgrade Planner. Können auch den Hotkey Alt und U benutzen. Ja, und dann markiert er einfach Gebäude, die aufgerüstet werden sollen. Zum Beispiel gelb soll aufgerüstet werden und werden dann automatisch, wenn ihr die Items im Inventar habt, zu roten. Die roten werden automatisch zu blauen und ihr seht schön, er macht jetzt nicht weiter, weil ich keine blauen mehr im Inventar habe und die blauen werden gar nicht markiert, weil es in Vanilla Faktorio nichts Besseres gibt. Dasselbe könnt ihr auch mit Montagemaschinen machen. Zack. Auch da geht es nicht weiter, weil ich keine gelbe habe und mit Greifarm. Aus orange mach blau. Aus blau würde er dann, wenn es gehen würde, die Stack Inserter machen. Das heißt, wenn ihr einfach nur die unbearbeitete Blaupause nehmt oder Upgrade Planner nehmt, dann versucht er alles aufzurüsten, was legitim ist, immer genau eine Stufe nach oben. Ihr könnt aber auch sagen, und das ist das Schöne, ich möchte nur, dass bestimmte Sachen aufgerüstet werden. Zum Beispiel möchte ich, wir machen das hier unten jetzt nochmal, ich habe hier jetzt nochmal gelbe Förderbänder reingetan, ich möchte nur, dass von gelbem Förderband auf rotes Förderband aufgerüstet wird. Ihr zieht das hier rüber und ihr könnt schon sehen, er markiert jetzt eben nur die gelben Förderbänder und nur die werden aufgerüstet. Das Ganze funktioniert lustigerweise, aber auch in die entgegengesetzte Richtung. Wenn ich jetzt also sage, weißt du was, eigentlich brauche ich hier gar keine blauen Förderbänder, mach die mir mal wieder zu gelb. Ja, dann ist das kein Problem. Dann zieht er das hier rüber und aus blau macht gelb. Und dasselbe könnt ihr dann halt auch für Montagemaschinen und alle aufrüstbaren Gegenstände, das geht mit Modulen, mit Montagemaschinen, mit Öfen, mit Förderbändern. Ihr seht es ja hier selbst mit den Kisten. Damit könnt ihr ganz schnell Gegenstände hin und her tauschen. Sehr, sehr, sehr praktisch. Auch hier gilt wieder, ihr könnt das Ganze exportieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt dem Ganzen einen Namen und Bilderchen geben, wie ihr wollt. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt hier habt, aus Rot mach Blau, also Upgrade. Und ihr nehmt, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, hier eine Blaupause. Dann könnt ihr jetzt hier oben auf den Upgrader gehen und habt nicht nur hier die normale, mit der ihr eins hoch oder eins runter schalten könnt, da wird jedes Gebäude verbessert, sondern ihr könnt hier hingehen und sagen, ich möchte nur dieses Upgrade benutzen, das ich selber definiert habe, von Rot zu Blau. Und die Montagemaschinen und die Greifarme bleiben davon aber unbeeinflusst. Oder ihr könnt mit rechts draufklicken, dann geht da halt auch wieder eine Stufe runter, aber eben nur bei den Förderbändern. Das heißt, damit könnt ihr dann auch noch mal etwas geschickter eure Blaupausen so manipulieren, wie ihr sie braucht. Ja, meine lieben Freunde, und dann habe ich euch eigentlich alles erzählt, was ihr über Blaupausen, den Abrissplaner und den Upgrade-Planner wissen müsst. Mit diesen Tools könnt ihr sehr viel effektiver Factorio spielen. Dann bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes übrig, als mich fürs Zuschauen zu bedanken. Schön, lass mir einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat oder schreib einen netten Kommentar. Lass dich im Livestream blicken und dann hätten wir das auch alles geklärt. Ich bedanke mich für den ganzen Support, den ich aus dieser wunderbaren Community erhalte. Ob es die Leute im Livestream sind, die immer mich unterhalten, während ich spiele, oder ob es die Leute sind, die mich bei Patreon finanziell unterstützen. Ganz recht herzlichen Dank an euch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Denkt dran, die Fabrik muss wachsen und wenn du willst, sehen wir uns gleich schon im nächsten Video. Seh nur raus. Ganz besonderer Dank an den Angry German Generals, Cyberbone, Glücksbrüde, Nanane95, Cooksenator, Mr. OneP, Oh mein Gott, nur neuen Sky und Pixelcraft. Samuels Daily Baby Hey 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 Bis zum nächsten Mal.